Und da kommt unser Brautpaar. Herzlich Willkommen zurück bei YouTubers Live. Wir haben uns letztes Mal Geheiratet übrigens. Das ist scheiße. Aber egal, wir machen es halt mal. So, depressing graveyard reloaded. Was ist los? Dieses Haus wird eindeutig zu klein für die Zeuge. Solange du hier lebst, wirst du keine neue Erfahrungen machen. Ich würde gerne umziehen, aber es geht nicht. Warte mal. Ne, es geht nicht. Warum gehe ich nicht umziehen? Ich verstehe es nicht. Ich habe 2000, hallo? Naja. Machen wir davon noch ein Video, wieso geht es nicht? Du musst einen Freund haben, natürlich. Ich habe ja keine Freunde, ne? Gemeinschaftsprojekt aufnehmen. Jetzt. Machen wir es halt jetzt. Gemeinschaftsprojekt mit Marcy. 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 Start ist die Aufnahme. Dazu winken wir mal. Ladebildschirm mit Hinweis. Sinnlosen. Du befragst deine besten Freunde über das Überleben. Über das Leben. Ähm. Professionell. Ach, scheiße. Ausschnitt. Lustigen Kommentar. Das Spiel lenkt sich auf. Mörderischer Blick. Genau. Zusammenfassung des Spiels. Unlustigen Kommentar. Du hast in der letzten Minute einen Fehler gemacht. Lustiger Trick. Interaktiver Ladebildschirm. Ähm. Sarkastischer Kommentar. Der lacht sich gerade tot. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Ähm. Singen. Zeit bevor das Spiel startet. Ernster Kommentar. Hm. Du hast ein Easter Egg gefunden. Machen wir mal einen feierlichen Schrei. Und als letztes noch. Du schaltest die Kamera aus. Und abspannen. Hm. Und du fassest ja mal eine Brust, ja. Sieht das aus. So. Dann fügen wir das mal zusammen. So gut wie es geht. Ja. Nee, das nicht. Äh. Ja gut, dann machen wir es halt so. Ah doch, es geht. Geht's über. So. Und so. Wunderbar. Rendern. Okay. Und da würde ich mal sagen, machen wir den Kurs fertig. Wo wir da angefangen haben, letztes Mal. Kurs fortsetzen. Und dann werden wir sehr schlau. Sehr schlau. Durch den Kurs. Hm. Didi-du. Ich denke immer hier oben, ne. Die zwei Dinger da. Da meine ich immer, das ist die Küche da. Ups, das ist die Küche. Das ist. Okay. Ich dachte jetzt hier, das ist Spaß. Kommentar. Sowas von schlecht. Ich weiß. Abgefahrenes Video. Äh, der mich? Bitte, bitte. Ja. Bewerben, Hashtag und hochladen. Bis mal jetzt schön hier auf Instagram teilen. Okay. Schon mal gut. Schon mal gut. Gehen wir mal schlafen. Gott braucht der Kurs lang. Alter. Der braucht ja ewig. Erstmal mal was. Und dann machen wir den Kurs weiter. Und dann können wir uns auch konzentrieren. Ähm. Nö. Toll. Pizza. Mhm. Und ich trinke mal kurz was. Moment. Schön rauern Hals hier. Hm. Was heißt denn das da unten zählen? Und elf Stunden. Äh. Geht so lange der Kurs noch, oder wie? Wenn man das wüsste, ne? Wäre man echt schlau. Hochzeit. Die freut sich. Und tschüss. Ja, der Kurs, der dauert noch, ne? Ergebnis anzeigen, naja so viel ist es auch nicht, was solls, können wir nicht ändern, dann tun wir jetzt mal einkaufen, neues Spiel rauskriegen, äh raus machen, amazing one, neueste Erscheinungen, hu hu, machen wir doch da mal was, oder, auswählen, auswählen, und kaufen, nö, vergiss es, vergiss es, einladen, du musst schön herkommen, weil wir machen jetzt was zusammen, was für ein Desaster, dein Partner hat kalte Füße bekommen, die Hochzeit ist abgeblasen, was, warum, was, keine Hochzeit, na dann, dann lassen wir das eben, so Gemeinschaftsprojekt, machen wir hier mal, das mit 4 Sterne, und dann gleite das andere noch, so, du hast ein Autorennspiel, okay, ich starte die Aufnahme, interaktiver, ist ja cool, sieben aber wirklich was sie spielen hier, und hier was sie hier tun, tch, echt nicht schlecht, du hast eine einfache Aufgabe bewältigt, singen, holadio, lustig, 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 tralalalala, na toll, professionell, und als letztes machen wir eine winkende Verabschiedung, gar nicht mal so schlecht, ja, aber jetzt nett, erstes Video, so, mach mal das gleich so, 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 und so, Rendern, haha, sehr gut, neuer Rekord bei Nachbearbeitung, das ist gut, hochladen, und dann ab ins Kino, so, warum nicht, hä, was ist jetzt los, Bearbeitung, hä, was, warum nicht, hä, verstehe jetzt nicht, tch, vielleicht muss man warten, bis es hochgeladen ist, okay, warten wir mal, dann essen wir mal was, und dann nehmen wir gleich das nächste auf, das nächste Video, gewerben, Hashtag, ein Salat, und die Gemeinschaftsprojekt gleich aufnehmen, und zwar das hier, Hillbilly-Workout-Wall, da kommt echt das meiste zusammen, ne, wenn man das zusammen macht, echt krass, so, 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 so Deine Verbündeten haben dich verraten Oh Gott Mörderisch Deine Basis wurde zerstört, wenn du den Gegner angegriffen hast Oder auch nicht Toll Gibt doch nichts Es ist nicht das gleiche da Egal Weiter Was war das gerade Für ein Zirkuszeug So Tschub 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 Okay Rendern Oh Interesse ist sehr hoch Und nochmal Rekord bei Nachbearbeitung Jetzt geht es aber ab hier Alter Jetzt geht es aber rund Was ersetzen Kann man auch irgendwie aufrüsten jetzt wieder Ne Kann man nicht Wir müssen warten Wir kriegen sowieso wieder 500 von diesen da Sehe ich gerade Passt ja schon mal Wenigstens etwas So jetzt vielleicht Die Miete ist auch bezahlt Das ist gut Aufrüsten kann ich gar nichts Wahrscheinlich kann ich erst aufrüsten wenn ich umgezogen bin aber der will nicht Ist so scheiße Ich bin sicher ihr werdet es lieben Ja Bin mir auch sicher Ich bin mir sehr sicher Akzeptieren Dein Zuhause ist mein Zuhause Warum kann ich denn nicht umziehen Ich verstehe es nicht Ich frage du antwortest Ziel Stell einen Mitarbeiter ein Okay dann tun wir mal chatten hier oder Warte mal kurz Hier chatten Chatten wir mit der Das kann aber nicht wahr sein Dann machen wir hier mal Mitarbeiter Nein Okay Gehen wir ins Kino Heute Abend Sofort Was ist jetzt los? Na gut In Ruhe ist 2. Februar Unds Kino Warum kommt da nichts? Deine Arbeit Arbeiten Dein Zuhause Hä? Ich verstehe es nicht Lana Ich lade sie mal ein Reden Profil anziehen Chatten Einladen Du brauchst ein besseres Verhältnis Um diese Person einzustellen Das ist ja schon verheiratet Du Idiot Das gibt's noch alles ich verstehe es nicht noch mal reden komm schon gib sie ihr du verrückter Vogel komm schon werd voll los es wird nicht voll doch jetzt komm nochmal komm schon werd voll es ist noch nicht ganz toll jetzt komm umarmen leidenschaftlicher Kuss komm schon und das ganze nochmal nein ergebnis anzeigen ich hab jetzt über 800 bekommen alter ich soll Profil ansehen ich brauch noch ein besseres Verhältnis wie kann ich denn jetzt auf Wiedersehen sagen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht dann chatten wir mal mit Lana Hallo ich chatte mit Lana lalelo oder meine Mondschau zu und die kleinen Babys schlafen lalelo oder meine Mondschau zu das war mein einschauflied Nontindo ok machen wir doch das Nontindo wow 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 was ist das keine Ahnung Präsentation akzeptieren ja von exquisit platypus du ding was ich verstehe kein Wort so Lana ist auch gleich durch das heißt vielleicht können wir sie dann einstellen ich möchte es unbedingt schaffen mit einstellen unbedingt ich will jetzt kein Verhältnis zu ihr aber einfach nur einstellen als Müllarbeiter das ist aber nicht so schwer viel verlangt hier ich frage du antwortest lade ein Interview hoch Balken ist auch gleich voll haben wir hier schon mal keine Bedenken warte mal noch bis es voll ist der Balken du musst unbedingt dann meine Hose ausziehen und meine Jeans die zwickt neue Verdienstmöglichkeiten was wenn ihr zwei alleine seid wir auf einen guten Blick auf ihre Fähigkeiten dass sie die Möglichkeit haben werden selber Videos für deinen Kanal zu erstellen wenn es gehen würde ok was sagt jetzt Lana nein Lana habe ich gesagt ja einstellen einstellen boah yes wähle einen Mitarbeiter und bitte ihn dass er ein Video macht wähle das Videospiel und die Art des Videos ähm ein Gameplay oder der Mitarbeiter kann die Videos nach deinen Anweisungen machen so dass du jeden Schritt wie gewohnt kontrollieren kannst das ist ja geil das ist ja cool jetzt macht sie das Video für mich cool und ich gehe mal schlafen da kann man leider nicht zugucken boah das macht die von alleine wir müssen unbedingt was essen wir haben Hunger gibst du Hunger? seht ihr mal Hunger 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 Spaghetti oh Spaghetti oh 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 so Kurs machen der ist immer noch wichtig der Kurs so schauen wir mal wie lange sie braucht für das Video ach so kann ich jetzt umziehen jetzt habe ich ja einen Mitarbeiter ne blö kann ich nicht hat ein Video fertiggestellt du musst jetzt musst du entscheiden ob du es hochladen willst oder nicht ja wie zeige das Ergebnis des Videos also ja komm hochladen denke daran dass du jeden Schritt vom Video das mit dabei ist kontrollieren kannst oder wähle einfach das Spiel und die passende Einstellung kümmere dich um sie oder sie werden aufhören mit dir zu arbeiten ähm Kurs belegen oh Gott Tonbearbeitung ja das erst genau ich habe schöne Klamatten für dich gefunden und könnte nicht widerstehen oh guck mal Kommentare gehen hoch aha bewerben Hashtag Fuzzi sehr schön ich habe schon mal Mitarbeiter das finde ich gut okay komm her wir unterhalten uns über die guten alten Zeiten vor einer Stunde gleich ist der Kurs fertig da geht es schnell weil die noch am Anfang ist hallo hallo nicht chatten ne 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 nicht du Kurs anziehen achso die ist fertig ah ok jetzt verstehe ich es die ist ja fertig alles klar gut dann würde ich mal sagen war es das von YouTubers Live wir haben jetzt schon mal einen Mitarbeiter und mal gucken wie es weiter geht hier bei YouTubers Live also dann bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal